Was wollen wir uns denn holen? Was bist du nicht? Spaßball. Ich werd zum Ball. Wir werden zum Ball. Er wird noch balliger als erst. Ich weiß nicht ob wir... Nehmen wir uns das? Ja. Okay, wir nehmen uns das. Und doch irgendwas, dann können wir zurück. Keine Ahnung. Okay. Aufdrehen. Guck dir das an. Mistischer Frau. Verbotener Kaiser. Hat er das nicht an? Ja, das hat er ja an. Aber, vergiss es, unser Punkt ist hier. Ach ja, er hat ja nur geschlafen. Wann hat er realistische Träume? Oh ja. Oh ja. Du bist dran. Auch wenn der Stieger davon träumt, ein Kumpel ist, dass du sein musst. Und das dafür der Arbelein war. Meine Ehren war einfach nie. Der Schreiber war doch nicht so wirklich. Eine Kumpel-Legende. Leider wollte sein Papst aber lieber, dass er einen Mordelmeister hatte. Aber lieber, dass er einen Mordelmeister hatte. Mordelmeister. Essen. 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 Wir lieben Essen. Käse auf jeden Fall, ne? Ja. Und Brot. Ja. Nicht mal geschnitten. Ach, das ist die Mordelmeister. Oh. Jetzt geht's. Ja. Toni hat das Drachen. Drachen riecht es. Drachen oder Drachen? Drachen. Obwohl, Drachen riecht es. Ah, du hast zu lange gebraucht. Fleisch-Krups. Geh erstmal umgucken. Tralalalalala. Ja. Und so. Ui! Er hat's auch geschafft! Das ist es. Ohne das zu leben. Naja. Wir sind eben... Wir sind eben wie... Was soll? Trembling! Er kann mal hoch springen! Ui! Hui! Okay. Stoße? Ich ziehe Nudeln. Guck mal. Ich kann den Herzen. Er hat 20 Klassen vorne. Los, 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 los! Aber das sitzt auch so nur da rum, ne? Drauf hauen. Schau. Und hier Verräte ist rufgeschützt. Das sollte jetzt nicht in der Tränen. Schau. Du wehle Regie! Als komplexe! Du kannst es rufgeschützt verwenden. Du kannst es rufgeschützt verwenden. Keine Kaffee! Und die Abenteur zu haben! Es hat sich keine Kaffee überachtet. Mit Aktion geht es nur um ins rufgeschützt. Mit hohen kannst du sie� schützen! Und hier ... ... Guckold! Hast du es kapiert? Jaaaa! Gut. Unglaublich aber war! Ja ne? Wir Blondis haben auch mal was kapiert. Du Scheiße! Wir haben mal was kapiert! Ein Wunder ist geschehen! Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wirst du eins dieser komische Tag abschließen? Los! Treff es! Was? Aber interessant was so Hasenjunge so... Spielzeug heutzutage bekommt. Ja. Sowas hatten wir nie gekriegt. Na. Ich hab Barbies bekommen. Ich auch. Keine Konsolen, Schneider. Ja. Warte, da war doch noch einer gefehlt. Ja. Ich krieg den aber nicht da rein. Dann mach den anderen Zeit den. Hä? Wer den da? Aber erst musst du da irgendwie auch drauf spielen. Fettkopf. Bauchklatscher! Was ist das? Er kann sich selber tragen. Oh mein Gott. Oh guck mal mit wie vielen Fingern. Oh. Ich darf keine Münze vergessen. Vergess sie mich nicht. Oh. Oh. Ich kann ihn aber verstehen. Dort würde jeder Platz sein. Du schaffst es. Ich glaub an dich. Du kennst doch meine Zielgenauigkeit. Nicht vorhanden. Das ist meine Orientierung. Vorhanden. Wir müssen uns irgendwie anders setzen. Wie denn? Ich hab mal alles getroffen. Ich hab mal alles getroffen. Oh Gott. Vergiss die Münzen da nicht. Ich fisch gerade im Baum Münzen. Hast du die Münze gesehen? Ja. 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 Ich glaube da komme ich nicht wo. Wozu sind die Kisten da? Und braucht sich da gerade Münzen. Oh. Oh. Wann wir da? Der ist fett. Oh ja. Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Wann haben wir angefangen? Wir können sehen auf der Aufnahmeplatz, wie viel da schnappt es aus. Und was siehst du? Wir sehen in lauter Zahlen. Sind zu viele Zahlen da. Du kannst nicht überblicken. 30 Minuten spielte gerade. Oh. Wir haben noch nicht 40 Minuten lang gelacht. Ich bin da rüber. Ich hab keine Ahnung wo das geht. Wuuu. Fett los. Wie bist du da hochgekommen? Das fang ich mich auch jetzt gerade. Ja. Gott. Und Leute. Da fand ihr es. Tut uns leid, dass wir nicht so viel mit euch reden. Aber das ist unser erstes Mal. Ja. Wir sind da. Jungfreude. Ach komm schon der Kommentar muss da. Du musst es nach da. Ja ich weiß. Ah jetzt. Komm schon. Komm schon. Ein bisschen mehr Bewegung. Wenn ich bitte drauf. Jo. Du musst mal was. Wir wurden angeschrottet. Er mag uns nicht mehr. Wir haben uns gerade über die Münze gehopst. Er schafft es über die Münze zu hopsen. Ja. Ich bin der größte Fan. Ich bin der größte Fan. Ich bin der größte Fan. Guck. Wir verzweifeln das Gericht. Biu. Wir haben bis auf die Nase gesprochen. Die macht das nicht so aus. Ist auch noch eine Wünsche. Dir ist ja einer hinterher gefolgt. Mehrere. Geh hoch mit dir! Und jetzt! Bauchklatscher! Oh, okay. Ist der heute nicht? Ich hab keine Ahnung. Falk dir mal. Er ist verschwunden. Er ist glaub ich noch da. Auf dem Gestrüpp. Auf der Stadt, da kommen wir nicht drin. Wir sind dort zufrieden. Warum kommt die da an? Na, es macht Spaß im Wald zu sein. Knapp daneben. Er ist auch vorbei. Oh da, oh da, oh da. Ui! Hehehehe! Schnapp, Idiot! Schnapp, Idiot! Schnapp, Idiot! Schnapp, Idiot! Schnapp, Idiot! Schnapp, Idiot! Oh, ich seh ne Münster. Schau. Das muss ich sehen! Wir machen extra. Wir machen extra alles zu. Wahnsinn, die Feste. Oh ja. Lauf erst los und drück es an Aktion zum Panda-Solpern. Drücke an neu. Aktion und mit dem Panda-Solpern aufzunehmen. Das muss ich auch noch nicht tun. Los! Oh, sei vorsichtig! Du bist unterwegs für dich zum Koloss testen zu lassen. Aber sie lassen so ein kleines Hesel da rumlaufen, ne? Ach du Scheiße! Was ist denn mit dem Ende? Wie? Die Nasen? Ja, nicht der Ende, oder? Du schaffst das! Ich glaube an dich! Oh, er ist nicht zu langsam! Ich glaube, das wird deine Lieblings-Attacke! Ich glaube auch! Du schaffst das! Mann, der ist so witzig! Warte, warte, warte! Wenn das ein Hasenjungen ist, das in grün! Und die in rot und gelb! Die Eltern! Sagten die nicht? Die Hasenjungen? Jawohl! Oh, cool! Sei doch so cool! Oh, cool! Oh, cool! Oh, cool! Leute, die haben doch Hasenjungen gesagt, oder? Keine... Interessiert mich nicht! Solange du ballern kannst, wenn man ihn verletzen kannst! Klar, reicht doch! Hauptsache ich sammle Geld! Ja! Und Münzen! Münzen! Meine Münzen! Nimm mir und ich meine Münzen weg! Ja, ich hab's schon kapiert, dass ich da hoch muss! Los! Geh! 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 Du schaffst das! Oh Gott! Er kann sich hochzwingen! Warte auf nicht! Wie der immer mit den Beinchen strampelt! Wie der immer mit den Beinchen strampelt! Oh, da, 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 da! Du kannst mit ihm reden! Was? Kannst mit ihm der eine losere Stelle auf? Lose Stelle! Hä, kannst du dir ein Stück aus schwarz? Doch! Ja, kannst du! Vorsitzig, Vorsitzig! Vorsitzig! Nein, nein, nein! Den Knibbeln auf auch Platz! Oh! Bisschen spürt, du musst wieder zurück. Warte da! Mönchen! Meine Mönchen! Seht, wenn ist der Hase da? Keine Ahnung, aber okay. Schnellster Krieg. Das sieht eigentlich einfach nur aus, wenn mir jemand eine Backpfeife verpasst. Ich bin drüben, muss nicht mal da langlaufen. Da soll mir eine Münze vergessen. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich die Münze. Das sieht einfach so komisch aus. Ich weiß. Oh guck mal, er hat so lange Arme, aber so kurz fein. Warte, 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 warte. Wir haben schon ein bisschen mehr noch. Oh. Uh. Bisse. Ich glaub, das war nicht. Einfach mal drüber. Einfach mal drüber. Einfach mal drüber. Aber der ist drüber oder drunter? Durch? Ah, okay. Ja, für durch. Dass die Aufgabe erfüllt. Sicher? Zehn von sechzehn, ja. Ich hatte ich gedacht, ich hab nur neun. Nein, du hast zehn von neun. Was ist denn? Ja, da. Guck. Hier da sind keine. Aber fast. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Das ist schon. Ui. Ja? Das ist diese Kaila. Kaila? Doch, das sind einfach nur Rippchen. Oder Schweinebraten. Wie, das ist so fernlos. Das ist für mich nur Schweinebraten. Okay, Rouladen geht auch. Mag ich aber nicht. Okay. Oh, damit kannst du sie auch fertig machen. Los, überroll sie. Dafür hast du dieses Gewicht. Dafür hast du so viel gefressen. Ich find sie nicht. Oh. Strike. Oh, Ling. Du verpasst dein Ski. Du verpasst dein Ski. Du verpasst dein Ski. Du verpasst dein Ski. Los, hol dir das Ski da. Ja. Oh. Oh, noo. Oh, noo. Oh, noo. Ich glaube, der ist auch blond. Geistig aber nur. Die Ender sah gerade aus wie sein Vater, mit dem ich selbst wollte. Ich glaube, der verkauft da ist. Aber er ist gerade in das Teil da reingekommen. Okay, ich würde sagen, die Snooks. Geil! Du darfst Tiger sein! Du bist eine Katze! Du bist eine Weltkatze! Du bist eine Katze! Los, 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 los! Da, da, da! Da habe ich sprungen! Ah! Da ist das alles gepackt. Hab ich! Ah, das war X! Tasten! Vergessen! Spiel ja nicht so lange! Das war X! X B Ich will mich auch so bewegen können Glaub ich dir Tafé essen wir zu gern Wir sind ja gute Esserinnen Ist mal ganz ehrlich Nicht Ich verstehe es Ich auch nicht Wieso Tiger ist? Die anderen sind doch auch gut Das ist sie einfach Bum Strobe, du musst es jetzt auch aufhalten Weißt du was mir gefallen hätte? Wenn sie ein weißer Typ wählen Und ich bin tot Okay Oh ich bin bei Kondor gesporen Du warst aber eine Legende Jeder das dieses Spiel spielt ist eine Legende Oh Gott Ey ich wusste grad episch zu sein Ja Das versuchst du Ja Ich bin zu blind für das Spiel Das ist ein Kinderspiel Ich weiß Sag mal nicht Du schaffst das Sicher? Ja ich glaub an dich Komm sprung runter Aber wenigstens hab ich wieder die Tasten-Combi drauf Die jubeln auch noch alle so Bums Weißt du ich sehe in dem ganzen Film Kann ich mich grad erinnern Kaum ein anderes Tier gesehen zu haben Am meisten haben Schweinchen und Tänischen Ja Kann immer einer sein was die alle damit hatten? Ich glaub du wurdest erwischt Ich glaub auch ne? Ja du wurdest erwischt So Du hast es geschafft Du hast ihn gekämpft Oh Gott Du hast ihn gekämpft Und nach einmal gestorben Wuii Wuii Wuiu Meist auf, wie wird nun den Drachenkrieger auswählen. Und Erdbeben. Aber der Schildkröte ist langsam. Wie konnte er der Meister werden? Die ist so groß irgendwie da. Die geht hinterher. Er hat uns den Drachenkrieger gebracht und Krieger gebracht. Oh Gott. Ja bitte, kannst du weiterspielen. Ich kann doch jetzt benden. Ok Leute, dann benden wir das Play erstmal heute hier. Und wir fahren es, wenn er es nicht so einschaltet. Ja. Und uns Blondinen weiter zuhören. Ja. 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 Ja.